Äh, klar, worum geht's? Zweiter. Können Sie sich meinen Vertrag mit dem Helmand-Verlag anschauen? Es hat geklappt. Schätze schon. Und das andere? Jetzt, wo du dein neues Leben begonnen hast, hält dich irgendwas davon ab, mit mir in meinem neuen Leben befreundet zu sein. Es gibt da ein kleines Problem, ich fürchte, es ist zu spät. Ich kann nicht einfach nur mit dir befreundet sein. Ich schätze, du hast mir gerade ein Angebot gemacht, das ich nicht mehr ablehnen kann. Na, endlich. Ich kann nicht einfach nur mit dir befreundet sein.